So Freunde, weiter geht's. Ähm, Diddy Kong Racing. Boah, ich hab jetzt versucht seit ein, zwei Tagen den Sound hinzukriegen, dass wieder alles so schön klappt und so schön klingt wie früher mal, aber nein, mein PC lässt mich nicht. Ich hab wirklich echt alles probiert. Ähm, aber das hat ja keinen Sinn. Wenn ich's nicht hinkrieg, dann krieg ich's nicht hin und ich kann ja euch nicht tagelang wieder warten lassen, bis Videos kommen. Möchte ich auch nicht. Von daher mach ich jetzt einfach weiter und ja, auch wenn der Sound kacke ist, aber ich hab immerhin was zu sehen. Oh. Besser so als gar nix, oder? Ah, scheiße, da war ich sogar zu schnell, hab denen nicht mitgekriegt. Dafür wird die Qualität umso besser von meinen Videos hier. Genau, aber glauben, hier wird nur noch durchgefetzt und gepetzt und Diddy Kong geraced. Den Ballon krieg ich leider nicht, nicht immer. Ja, die Vulkanstrecke hier, die ist geil für mich. Da kann man so freil Gas geben. Ja, wie Schmitz-Katz, Alter. Jetzt lag sie am petzen. Ja, schön, der war gut gepetzt, Idiot. Haha, super. Komm, den Ballon mir, den Ballon mir. So, hier, die ersten schon überrundet. Kiding, kiding. Riesendino, sieht aus wie aus Pappmaché. Oh, die Katze will ich noch. Ja, die Katze hab ich noch. Timber! Pfft. Erster. Aladin und die wunde Schlampe. Hier, bring mir mehr Bier. Äh, äh, ja. Ich rede mal wieder, Kokolores. Hahaha. Der erste Boss, Leute. Yeah! Gleich rein, weil wir haben alle normalen Welten geschafft. Und hier haben wir ihn. Gut gemacht. Jetzt fordere ich dich zu einem Rennen heraus. Jo, wie gesagt, ich hab halt hier irgendwie nur die englische Version. Weiß auf, faul nach einer Deutschen großartig zu suchen im Internet. Ja, dann... Ich hab den Start gleich mal versammelt. Peng, Nummer 1. Zieh ab. Komm schon, Mimi-Maus. Gib Stoff. Und. Oh Mann, ich trottel. Der einzige Baum weit und breit. Ey, ich schaff's immer wieder, so was zu treffen. Unglaublich. Bö. Das ganz dumme Gefühl, der ist mir ganz dicht auf den Werfen. Scheiße. Oh mein Gott, der kommt doch immer näher, oder? Ich sehe ihn nicht. Ah, ein Turbo. Den hebe ich mir auf, Leute. Denn es gibt eine Abkürzung. Lasst mich nicht lügen. Hier. Ja, bei den Büschen. So, und. Eww. Bremsen. Oh, Glück gehabt. Und da ist mal ein gutes Stück. Vor ihm. Was gibt's nicht? Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich bin gute 300 bis 400 Meter weit vom Fahrradlenker geflogen. Mit dem Gesicht auf Rollspritgranulat. Ah, komm schon. Juhu. Und als Belohnung erhalten wir erst mal ein Geschwafel. Gut gemacht. Jetzt versuche meine neue Herausforderung. Sammle Albe Silbermünzen in der Welt deiner Domain. Du musst mindestens 8 in jedem Level finden und gewinnen. Und dann triff mich wieder. Aha. Drei Pressing Break, wenn's gelingen. Also wenn man so rumschlingert, dann soll man bremsen. Jo. Was haben wir bekommen? Nischt. Fangen wir halt wieder von vorne an. Agent Blake. So, jetzt geht das los. Äh, zweite Runde pro Welt. Also wie gesagt, die 8 Silbermünzen sammeln und trotzdem noch erster werden. Natürlich werden die Gegner auch immer wieder ein bisschen knackiger gemacht. Also so ist es ja nicht. Ja. Oh, Didi, du fette Fotze. Ich glaub's ja nicht. Entschuldigung für diesen Kraftausdruck, aber... So. Knallt der mich hier rücklinks ab. Den, den, den Schlüssel da nehm ich jetzt auch gleich mit. So. Boah, das ich den noch bekommen hab. Geile Sache. So. Gehen wir mal richtig Stoff hier. Alle 8 Münzen haben wir ja ratzfatz und... Zap, zap, zarap. Na klar. Krieg's noch einen? Nein, ich hab den Turbo verpasst und es hätte ich Konga noch bekommen. Egal. Zoom. So. Soffne Elsch hier wieder. Auf seinem Turban-Taliban-Tuch. Ja, der goldene Schlüssel. Der öffnet hier so ne Tür und da können wir dann so ein Bonusspielchen machen. Und ich glaube, dann gibt's ein Stück von der TT-Uhr, oder? Kann das sein? Ah, komm, Leute, das machen wir jetzt gleich mal. So, rein da. Ja, hier, drei Eier vor den anderen ausprüben. Gut Deutsch. Geht bereit. Geht bereit. Geht. Ptschum. So. Das Ei schnappen bei sich im Nest ablegen. So, dann blinkt auch oben bei deinem eigenen Bild schon was. Ne, wer hat noch eins? Ah, Konga hat eins abgeliefert. Natürlich kann man auch bei der Konkurrenz klauen. Solange das Ei noch nicht geschlüpft ist. So, ich... Nehme mir auch... Ah, Gott, gleich ein paar Waffen mit. Ah, Gott. So. Ich bräuchte noch einen Eidigen. Banger hat man wieder gar nichts, aber bei Konga kann ich wieder klauen. Okay. Didi ver... Oh, ich hab's Ei fallen lassen. Didi verzieht dich. Das war jetzt keine Absicht. Da ist ja noch eins. So, dann nehm ich mir aber gleich nochmal... ...en Schuss mit. Falls einer meint, er müsste bei mir klauen. So. So, Ei bewachen. Verpässt dich, Konga. Banjo, du wutz! Konga war nur ein Ablenkungsmittel. Manöver. Boah! Oh, Banjo, du Ferkel. Das kriegst du zurück. Ich hätte so in die Scheiße reiten wollen. Was? Didi hat schon zwei? Ne, 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 Freund. So nett. Ich heule gleich. Warte. Didi kommt mit dem Nächsten. Das ist mir, Freund. Das ist mir, Digga. Okay, und jetzt verteidigen. Aufs Schärfste. Ah, was machst du? Oh Gott, ist die Steuerung für die Katze. Ja, geht doch. Geschafft. Da kommt er wieder. Oho. Du, du, du. Du, du. Du wohnst den ersten Preis. Alter, haben sie den Scheiße synchronisiert. Ja, ein Stück von der TT-Uhr. Cool. Du hast ein Teil des TT-Amulettes. Noch drei mehr und dann hast du es geschafft. Viel Glück. Was bringt die TT-Uhr? Werden wir sehen. So, machen wir noch eins. Machen wir noch eins. Ne. Machen wir nicht mehr. Stellen uns zwei Pfanne dran. Machen hier ein, ein, ein Quiggy. Safey. Und bis zum nächsten Mal. Euer Slagzi.